Benjamin Pavard möchte den FC Bayern diesen Sommer verlassen. Den Wechselwunsch hat der Franzose FCB intern schon vor geraumer Zeit hinterlegt. Wie der Kicker nun jedoch berichtet, ist es ohnehin fraglich, ob der 27-Jährige eine Wechselfreigabe von den Bayern erhält. Demnach gibt es beim FCB Überlegungen Pavard, trotz seines auslaufenden Vertrags, noch eine Saison zu halten. Damit läuft man Gefahr, den Defensiv-Allrounder 2-24 ablösefrei zu verlieren. Ein Szenario, welches die Bayern nach schmerzvollen Abgängen von Niklas Süle und David Alaba eigentlich verhindern wollten. Nach Kicker-Informationen hängt die Zukunft des französischen Nationalspielers vor allem von den Plänen von Thomas Tuchel ab. Klar ist, mit Kyle Walker haben die Bayern bereits einen neuen Rechtsverteidiger ins Visier genommen und bereiten sich auf einen möglichen Pavard-Abschied vor. Noch ist allerdings offen, ob der FCB tatsächlich den Zuschlag im Tauziehen um Walker erhält. Der Engländer ist grundsätzlich offen für einen Wechsel nach München, hat aber noch keine finale Entscheidung getroffen.